Am besten hier vom Schatten, lass dir den wie Sonne drauf. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Was auch, welchen jetzt? Der zweiten, ja? Das ist Seven mit dem Schlitz im Ohr. Seven, das ist der älteste Sohn. Nummer zwei in der Rangfolge. Dann kommt Judge, das ist der da, dritter Männliche in der Rangfolge. Wie viele Rüden sind denn das? Neun Rüden, sechs Hündchen. Passen Sie auf, Judge, Amarok, Amarok, Rocky, komm mal hier. Braber Hund, komm. Wie konnte denn eigentlich zu dem tödlichen Unfall jetzt kommen mit dem Hund? Ja, muss ich Ihnen erzählen, das ist länger. Ich habe hier Hausrat ausgeladen auf Kunstgegenstände. Die haben nur Leute als Sperrmüll vielleicht gehalten, haben es mitgenommen. Ich war in Zossen, habe es anzeigen wollen. Dann haben sie mich da zu lange hingehalten. Dann waren die Kinder gewesen hier, die waren mit auf den Gleisen. Hund auf den Gleisen, Kind auf den Gleisen, Kinder von den Gleisen, Hund tot. Und die kamen noch nicht mal, dann haben sie nachher Spuren gesichert von dem Unfall. Oder von dem Nachbar befragt, der hat nämlich gesehen, wer das mitgenommen hat. Berliner Kennzeichen. Ja, dann mache ich das ja erstmal fertig, mache den Wagen fertig und dann laden wir die dementsprechend. Ja, ja, alles klar. Was kostet die denn bei Ihnen? Also jetzt zieht ja auch Lasten und die andere Dinge zu machen. Na, das übernimmt erstmal alle das Ordnungsamt. Ja, aber ich muss das ja dann auslösen. Wenn ich das auslösen will, muss die Rechner ja beglichen werden. Das ist ja die Hunde quasi zu verrechnen, nehme ich mal an. Nee, die werden nicht veräußert. Ja, was wird das denn kosten ungefähr? Sagen wir mal an. Sind sie denn in der Lage auch irgendwie Zwinger zu bauen oder Einfriedung für das Grundstück? Ich wollte erst mit dem jetzt erstmal, weil die mir vorgeworfen haben, ist ja illegal. Das wollte ich heute unter anderem. Ich habe einen Kind in Wünster. Das ist ein guessern, warum? Wie ein wenig du elderly da heute in der Nähe bhlend ist. Ich hab's dir toujours gesagt. Ja, meinst du dabei immer. Erstma, was ich das denn ist? Zschüss. S поз afternoon. Tschüss. Das ist ein Kunstwerk, passen Sie auf. Ja, der erste Kamera, denn ich bin ja auf dem Weg nach Berlin zum Bundeskanzleramt. Ich will das Brotschwein in den Knast bringen. Ich bin Künstler. Dies ist mein Name, mein Familienname. Ich komme mal an die Kamera ran, dass Sie das sehen können. Da steht mein Künstlername, Alwin X Trojave. Das ist ein Kunstwerk und keine normalen Hunde. Wie gesagt, ich bin ein friedlicher Mensch. Die Hunde tun keinem was. Es ist durch Mithilfe der Polizei und es von Amtslegen ein Hund auf den Schienen umgekommen, als auch Kinder sich auf den Schienen befanden. Es war nicht meine Schuld. Wir sind Kunstgegenstände dort auf der Stelle entwendet worden in Millionenhöhe, wo die Polizei nicht recherchiert hat, ob das stimmt. Nicht den Zeugen befragt, der die Leute gesehen hat. Ein mausgrauer Mercedes mit Berliner Kennzeichen. Zwei Männer im Alter zwischen 30 und 35 und eine Frau, die abgefahren sind. Als nächstes, wie gesagt, ist der Hund tot gewesen. Jetzt machen wir mir den Vorwurf, dass ich ohne Hausrat dastehe und nicht die Hunde ordnungsgemäß einfrieren kann. Ich wollte mir jetzt eine offizielle Duldung, einen Vorkaufvertrag, oder gucken, ob ich das Haus haben kann. Ich wollte ein Museum einrichten für moderne Kunst. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, für alle zum Mithören. Die ganze Welt soll wissen, das ist meine Existenz. Ich war für 5.000 Mark im Knast, Schwarzgeld. Und es war zu Recht, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe dafür gebüßt. Andere sollen für ihr Geld auch büßen. Kohl- und schwarze Kofferkonsorten. So, die Hunde, wenn die nicht mehr für mich auf normalem, gerichtlichen, gesitteten, geordneten, friedlichen Wege zu bekommen sind. Oder, wenn man meine Kunstwerk, 16, 15 Hunde sind es noch. Wenn da Sachbeschädigung stattfindet, in Form von Mikroschip. Ich will nicht, dass ein Hund tätowiert wird, nicht mit Mikroschip belegt wird. Fliegen hier die Ohre ab. Pro Hund ein Ohr von irgendjemand. Wenn die Hunde ganz weg sind, ist meine Existenz kaputt. Er hat mein Leben keinen Sinn mehr. Werde ich meinem Leben vielleicht durch Polizeikugeln ein Ende setzen. Aber vorher nehme ich noch eine ganze Bande mit. Da ist meine Existenz. Ja! ce salad Fass 연 greater gering GERTS urious gering GERTS Ich will nicht mehr sehen, dass ich ihm die Kopfschmerzen habe. Du, wie die Hände? Ja. Du, wie die Hände? Du, wie die Hände? Du, wie die Hände? Ja, die Hände? Ach! Komm! So. Da oben leben Sie, ja? Ja, ja. Deswegen habe ich es nicht gesteckt gehabt und ich weiß nicht, warum ich es gesteckt gehabt habe, als Tür, als Türlampe halt. Ja. Und hier sollten die Hunde... Da war die ganze Müll drin, habe ich da raus geschafft, wenn ich hier angesammelt habe. Aber 15 Hunde hier unten drin oder nach? Ja, mit Decken und was weiß ich. Und zwei liegen sowieso immer hier vorne. Ja. Das ist der Rest, um in den Hausrat zu schwingen, ja? Das haben die übrig gelassen. Das da. Das müssen wir das Haus jetzt auch machen. Ich habe Rattenkot gefunden. Wollen Sie auf, dann sollen Sie noch mal was aufnehmen? Wiesen-tote Hunde drin. Tote Hunde? Ja. Der überfahrene Hunde habe ich eingefangen als Beweismittel. Und ich wollte nachher die Fotos zuerst zur Dinge bringen, ja? Ja, gut auf, ja. Da ist ein Erschossen-Ontin von der belgischen Gendarmerie. In Belgien, bei Kinderticker zu fangen, da haben die auch Ton drauf, ja? Ja. Wie gesagt, da habe ich noch nicht mal die Zeit gehabt, das anzuzeigen. Vor zwei Jahren haben sie mir den Hund aus der Wohnung rausgelassen und erschossen. In Belgien, ja? Kann ich nachher noch belegen. Wenn wir das genau wollen, ich sage mir, na, hier ist zum Beispiel die Polizei rübergefahren. Das ist Josef Beuys. Die sollte da ein Museum entstehen. Ja? Wollte nachher ein Glas gefasst werden. Ein Museum über Josef Beuys, modernste Kunst. Ich hatte 99 Exponate. Gehen Sie sich mal informieren, war es von diesem Knirsch? Der wäre heute 80 Jahre alt geworden. Der ist aber tot, ne? Wurde von einer Woche. Was einen liegt bei dem kostet? Ich habe 99 Originalrechts von ihm gesessen. Das sind über 120 Millionen damals gewesen. Ja? 120 Millionen Mark. Man soll nie nach dem Alter eines Menschen gehen, ja? Passen Sie auf. Da ist der Hund drin von der Autobahn. Hier ist der erschossene Hund drin. Finde ich schön, da. Können wir da unten rein? Da sind noch die Kugeln drin. Da hat mir der Rechtsanwalt geraten. Ich soll den Hund halt sicherstellen, weil die Fruktile noch drin sind. Das ist also Kieferschuss und Bauchschuss. Der ist mir elendig auf der Autobahn verblutet. Richtung Mönchengladbach von Aachen. Dann soll die Decke noch ein bisschen weiter zurück machen. Das ist schlecht zu sehen. Da hatte ich damals noch keine Gefriertruhe. Da hat der Rechtsanwalt mir gesagt, gut, dass sie ihn eingefroren haben. Mit Maden, mit allem drin. Mit Schussverletzungen drin. Wie gesagt, die Kugeln sind noch original drin, ja? Hier ist der Hund von der Autobahn. War eine läufige Hündin, war schwanger gewesen, wie Sie sehen. Wunderbar. Das reichte schon allein. Ich will den Hund dann auch auspacken. Ich habe drei Tage auf die Presse gewartet. Die sind auch nicht gekommen. Sie liegt zu sehr. Ich bin daran, ich will auch im Hund besser einen Hund als ein Kind. Kann natürlich nicht auspacken. Ja, ist okay. Die hat die Kinder von den Gleisen weggehalten. Alles klar. Die ist dabei selber umgekommen. Wie gesagt, wollte ich ja dann nicht weiter. Am Wochenende angekommen. Am Wochenende angekommen.